Hinter dieser Tür befindet sich unser neuer Konferenzraum. Nicole von Wagner und die anderen Ladies haben gesagt, wir richten den ein. Und es heißt ja auch, Frauen haben für sowas ein Händchen. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns den neuen Konferenzraum jetzt gemeinsam an. Und wir haben ja unsere Berliner Rekorde. Das heißt, das Ehepaar mit den meisten Schuhen wird live bei uns in der Sendung sein. Das müssen wir dann natürlich 7.10 Uhr spielen. Und wenn die dann da waren, dann nehmen wir noch das Video dazu. Mann, ich fass es nicht. Als würde die ganze Welt nur aus Schuhen bestehen. Diese Faszination und dann diese ganzen ausgefallenen Modelle. Das muss doch echt nicht sein. Beetle Boots aus Schlangenleder hat mein Schuhmacher gebaut. Stuttgart